Liebende Zuhörende, vielleicht sollte ich eher sagen, liebe Zuschauer im Inland, im Ausland, ich hoffe, dass wir an allen Stellen gerade zu empfangen sind. Es freut mich sehr, Sie ganz, ganz herzlich zu begrüßen zum Deutschen Anwaltstag 2021. Er hat das Motto, Anwaltschaft in besonderer Verantwortung 150 Jahre Deutscher Anwaltsverein. Mit dem kleinen Blick auf die Vergangenheit gleich, sagt der ein oder andere, vielleicht sind es nur 135 Jahre, aber wir feiern den 150. Jahrestag der Gründung des Deutschen Anwaltvereins. Und das ist ein Grund, innezuhalten, das ist ein Grund, sich zu freuen, das ist ein Grund, den ich eigentlich mit Ihnen allen gerne gemeinsam gefeiert hätte. Aber ich freue mich, dass Sie jetzt gerade zuschauen und dass Sie deswegen Interesse an diesem Deutschen Anwaltstag haben, an etwas, was so lebendig ist, wie nur etwas nach 150 Jahren sein kann und was für die Zukunft auch ein wirklich wegweisendes Modell sein wird. Was zeigt uns aber der jetzige Anwaltstag, bei dem ich Sie alle so gerne gesehen hätte und die Geschäftsstelle weiß, ich hätte am liebsten hier irgendein Riesenstadion, weil ich mit Ihnen allen gerne eigentlich bei Freibier- und Grillfesten diesen 150. Jahrestag gefeiert hätte. Das geht aber nicht. In diesen Zeiten machen wir es virtuell und damit erleben wir zugleich etwas, was eine Aufgabe für die Zukunft mit ist, nämlich zu schauen, wo sind die Chancen und Risiken dessen, was wir mit der Digitalisierung erreichen können, was sind Möglichkeiten und wo sind unsere Schranken und das wird uns begleiten mit den Aufgaben für die Zukunft. Aber bevor wir bei der Zukunft sind, lassen Sie mich mit Ihnen einen Augenblick innehalten und den Blick nach hinten werfen. 150 Jahre. Vor 150 Jahren, konkret am 25. August 1871, trafen sich 169 Anwälte, okay Anwältinnen gab es damals noch nicht, also 169 Anwälte und nahmen den zweiten Anlauf um einen deutschen Anwaltverein. Einen Anwaltverein für das gesamte Deutschland und nicht mehr nur örtliche Anwaltvereine zu gründen, nachdem die Bemühungen 1848 gescheitert waren und eine längere Zeit erst mal des Stillstandes eintrat. Und warum 1871? Es liegt fast auf der Hand. 1871, die Arbeiten an einer reichseinheitlichen Rechtsanwaltsordnung waren im Gange. Die Arbeiten an einer reichseinheitlichen Gebührenordnung waren im Gange und die ZPO nahmen bereits ihre Diskussionsentwürfe und ihren Weg und das BGB nahm den Weg. Und hier bedurfte es einer starken Stimme der Anwaltschaft auch in der damaligen Zeit, schon nicht für sich, sondern der Satzungszweck zeigt, worum es ging. Es ging um die Freiheit der Advokatur, eine Freiheit vom Staat und eine Freiheit dann auch für die Bürger, also Bestrebungen dann an der Stelle dem Einzelnen auch zu seinem Recht zu verhelfen. Und das schlägt sich nieder im Satzungszweck. Der Satzungszweck beinhaltete drei große Linien 1871 bereits. Die Förderung des Gemeinsinns, der Rechtspflege und der Gesetzgebung des Reiches, die Pflege des wissenschaftlichen Geistes der Anwaltschaft und die Vertretung der Berufsinteressen. Die Vertretung der Berufsinteressen wurde sogar erst an dritter Stelle genannt. Die Aufgabe der Anwaltschaft, und Sie rufen sich in Erinnerung, dieser Anwaltstag steht unter dem Motto Anwaltschaft in besonderer Verantwortung. Das ist nicht eine Verantwortung nur für den Berufsstand. Das ist eine Verantwortung für das Gesamtgefüge einer Rechtspflege und für jeden Einzelnen innerhalb dieser Rechtspflege. Und wenn Sie sich diese Satzung nehmen und Sie vergleichen sie mit der Satzung des Deutschen Anwaltvereins und seinen Zwecken im Jahre 2021, stellen Sie fest, wir stehen immer noch für die gleichen Werte, wir stehen immer noch für die gleichen Ziele. Und wenn wir vom Jahr 1871 den Blick weiter wenken schwenken, schwenken auf einzelne Punkte, die mir ganz besonders in den letzten Jahren vor Augen geführt worden sind, dann ist der nächste Punkt, an dem ich innehalten möchte, mit Ihnen 1914 bis 1918, 1919. Viele Anwaltvereine sind in der Zeit 1919 gegründet worden. Warum? Sie sind 1919 gegründet worden, weil die Anwaltschaft sich in einer großen Notlage befand. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, einmal über die Homepage des Deutschen Anwaltvereins die virtuelle Ausstellung zur Geschichte des Deutschen Anwaltvereins sich anzuschauen, dann finden Sie Dokumente, in denen auf die Notlage der Anwaltschaft abgestellt wird. Warum? Da waren nicht nur die Kriegsereignisse von 1914 bis 1918, die eine Vielzahl der Kolleginnen und Kollegen das Leben kostete und die viele hinterbliebene Witwen und Weisen zurückließen, die die Notwendigkeit dessen, was Kilger im aktuellen Anwaltsblatt mit Vorsorge und Fürsorge beschreibt, wirklich virulent machten, eine Unterstützung, eine existenziell notwendige Unterstützung. Da war eine Rechtspflege, die mit der Einschränkung der gerichtlichen Tätigkeiten am Boden lag und die nach anderen Wegen auch des Zugangs zum Recht suchte und dann gleichzeitig mit einer verringerten Anzahl von Kollegen, die dort waren und mit 40 Jahren keine Anpassung in einer Gebührenordnung. Dann sagen sie, Kindermädchen, da musst du dich heute nicht so hinstellen und dann immer nach neun Jahren oder fünf Jahren oder vier Jahren schon wieder sagen, na, 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 da müsste etwas passieren. Aber die Welt war eine andere und die Funktion der Anwaltvereine war eine andere und in der ein oder anderen Satzung von Vereinen, die schon lange existieren und die die Satzung nicht angepasst haben, stellen sie es fest. Die Anwaltvereine führten in dieser Zeit Tarife auf einer Ortsebene ein, weil nach 40 Jahren fehlender Anpassung der Gebührenordnung auch das erforderlich gewesen ist und sie unterstützten in der Kanzleiorganisation. Sie forderten Reformen ein in den Gerichtsbarkeiten, sie wandten sich gegen die Ausgrenzung der Anwaltschaft aus den Kammern für Handelssachen, also aus Wirtschaftsgerichten und das Wort Fachanwaltschaft taucht auf, weil die Rechtsordnung sich eben schon in der damaligen Zeit immer weiter auseinander entwickelte und Fragestellungen aufkamen, bei denen man sagte, wir müssen bestimmten Entwicklungen einen spezialisierten Anwalt entgegensetzen. Wir haben die Generalisten, aber wir haben auch Spezialistenentwicklungen, die auch andere Berufsgruppen mitmachten. Und dann kommt eine dunkle Zeit in der Geschichte des Deutschen Anwaltvereins, das Jahr 1933. Wenn Sie hier den im Online-Anwaltsblatt veröffentlichten Aufsatz von Kraft lesen, der Ihnen an dieser Stelle einmal vor Augen führt, auch an der Gestalt des damaligen Präsidenten Rudolf Dix, wie rasant die Entwicklungen waren, dann stehen Sie atemlos davor, wie schnell Entwicklungen kommen können und wie schnell bisher als unverrückbar gemeintes plötzlich zusammenbricht. Noch im Februar 1933 war man der Auffassung, dass man eine normale Vorstandssitzung machen könnte, eine normale Mitgliederversammlung in den nächsten Monaten. Und dann über die Gleichschaltung kam bereits im Dezember 1933 die Auflösung des Deutschen Anwaltvereins und erst im Jahre 1948 eine Wiederbegründung. Und es ist kein Moment, an dem wir da stehen sollten und sagen, das ist eine individuelle Schuld. Wie konnte man denn damals? Sondern für mich ist das Spannende an dieser Zeit zu sagen, was waren denn die Ursachen? Und kann es auch heute wieder genauso schnell sein? Und wenn wir den Blick über die Grenzen werfen, dann stellen wir fest, wir stehen auch in Europa oder in anderen Ländern vor Entwicklungen, die uns fassungslos hinterlassen, weil sie mit einer Rasanz bisher fest geglaubte Werte, die unverrückbar waren, plötzlich in Frage stellen. Und das ist etwas, was wirklich eine Mahnung für uns alle ist. Nie zu sagen, erreicht es ist selbstverständlich und wird nicht mehr angefasst. Wach zu bleiben bei allen Einschränkungen, die Freiheitsrechte sind, bei allen Einschränkungen bei denen Organisationen nicht mehr frei agieren können. Und deswegen, was ist denn die Mahnung für jeden Einzelnen von uns an dieser Stelle? Und deswegen bin ich so dankbar, auch für diese Struktur des Deutschen Anwaltvereins und für seine bunte Vielfalt. Denn wenn Sie in Diskussionen sitzen, ist ganz häufig der Satz, da müsste man doch mal was machen. Ja, man müsste nicht machen. Jeder Einzelne von uns muss etwas machen und jeder Einzelne von uns ist an den unterschiedlichsten Stellen gefordert. Deswegen ist ja auch meine herzliche Bitte, engagieren Sie sich in den örtlichen Anwaltvereinen, in Anwaltsorganisationen, damit wir den Aufgaben, die der Anwaltschaft in einer Gesellschaft zukommen, gerecht werden. Und natürlich engagieren wir uns auch an dieser Stelle im einzelnen Mandat. Und für mich ist auch wichtig, im Mandat, im Amt, aber auch im Alltagsleben, mir immer wieder vor Augen zu halten, was sind denn meine Werte, nach denen ich handle? Und was sind die Faktoren, die mich beeinflussen? Was könnte mich dazu bringen, von diesen Werten, die ich für hochheilig halte, abzurücken? Und ich stelle fest, ich wäre erpressbar, wenn jemand meine Familie bedrohen würde, wenn jemand dort irgendwo die persönliche Integrität anfasst. Und das sind Momente, die wir immer wieder mit im Auge behalten müssen und bei denen wir immer wieder stärken müssen das Individuum. Deswegen bin ich so dankbar, dass der Deutsche Anwaltverein zusammen mit dem CCBE und CNB über Elil die Möglichkeit geschaffen hat, eben in den Hotspots, die wir in diesen Bereichen haben, eine Beratung zur Verfügung zu stellen. Weil es sind die kleinen Schritte, die wir im Alltag brauchen. Es ist nicht das Große, es ist nicht das Ferne, sondern es war auch 1933 der Alltag. Der Alltag, der immer mehr ein Geflecht bildete, in dem der Einzelne sich nicht mehr freienfalten konnte. Und nach diesen traurigen Zeiten gibt es eine Zeit, die mich mit unendlicher Freude erfüllt hat, mit großer Neugier und die mir heute noch ein Vorbild ist. Das war 1989 und die Folgejahre. Viele Anwaltvereine, die sich im Gebiet der fünf östlichen Bundesländer wiedergegründet haben. Menschen, die keine Angst vor dem Neuen hatten. Nicht, weil es ihnen einfach übergestülpt wurde, sondern die sagten, ich packe das an. Ich mache das. Und nicht erst mal fragten, wo ist eine Organisation, wo ist eine Unterstützung oder dergleichen. Sondern sagten, wir haben einen Anwaltverein, deutscher Anwaltverein, wir wollen rein. Und dann kamen eben in einem Ausmaß, Engagement, Fortbildung, Gespräche in der Rechtspflege vor Ort, die wunderbar waren. Und etwas weiteres habe ich aus dieser Zeit mitgenommen, was mich jetzt bei der Frage, welche Chancen haben wir in der Digitalisierung noch mitprägt. Wir haben festgestellt seinerzeit, dass wir im Wesentlichen mit der gleichen Sprache sprachen. Wir hatten gleiche Begrifflichkeiten und in der Diskussion stellten wir fest, dass wir mit dem gleichen Begriff etwas völlig Unterschiedliches meinten. Zum Teil aus unterschiedlichen Rechtssystemen kommend, weil unser Grundverständnis ein anderes gewesen ist und zum Teil, weil diese Begriffe völlig anders definiert waren in unseren Köpfen. Und das ist etwas, bei dem wir schauen müssen, wenn wir jetzt schauen, wo können wir in Zukunft strukturierte Prozesse ablaufen lassen über Algorithmen. Wie programmieren wir diese? Wie holen wir die Menschen ab mit ihrer Sprache an der Stelle, an der sie sind? All das, der Blick in die Vergangenheit, hoffe ich, hat sie ein bisschen neugierig gemacht, weil es war nur stakkaterartig. Es waren nur kleine hingeworfene Fetzen, dessen, was sich in 150 Jahren seit der Gründung zugetragen hat. Und wenn diese Neugier sie jetzt gepackt hat, dann nehmen sie das aktuelle Heft des Anwaltsblattes. Und von da werden sie einfach immer weitergeleitet, weil sie haben dort Dinge für denjenigen, der gerne liest, der liest sie gerne. Aber sie haben auch die Möglichkeit über den Podcast zurecht gehört, sich mit einzelnen Fragestellungen näher zu befassen. Und wenn wir jetzt den Blick auf den DAT werfen, dann sind sie natürlich am Donnerstag alle bei uns. Wenn wir die Jubiläumsveranstaltungen haben, die Jubiläumsveranstaltung zum Thema Opfer, Mittäter, Täter, Fragestellungen aus der Zeit nach 1933, aber auch die Frage, wie sind wir denn mit dieser Zeit im Nachhinein umgegangen? Wie offen packen wir Themen an? Wie lange braucht es vielleicht, bevor Tabus gebrochen sind und man dann wieder einen offeneren Blick macht? Und die zweite Jubiläumsveranstaltung zum Thema Equal Rights, Frauen in der Anwaltschaft und im DAV. Wir wollen aber nicht innehalten mit 150 Jahren, denn bei 150 Jahren stehen sie da ja und sagen, ah, der DAV ist 150 Jahre alt. Und ich sage, ne, ne, der DAV ist 150 Jahre jung. Denn Alter ist keine Frage von Jahreszahlen, von Falten oder von Erfahrungen. Alter ist etwas, was sich auch im Kopf abspielt, was sich in der Lebendigkeit abspielt. Und da ist das Thema dieses DATs ein wichtiges Thema. Anwaltschaft in besonderer Verantwortung. Das bedeutet eben gerade nicht, sich auf Erreichtem auszuruhen. Das bedeutet, jeden Tag die neuen Herausforderungen zu leben. Recht ist lebendig. Recht wandelt sich. Recht ist ein Abbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Und deswegen müssen wir zum einen mit demjenigen, was wir in den Mandaten erfahren, in der Gesetzgebung, aber auch in den Gerichten sein. Wir müssen zum anderen aber auch den Mandanten an dieser Stelle zum Zugang verhelfen, zum Recht. Und auch da, Recht ist keine Ware. Recht ist ein elementares Lebensbedürfnis. Es ist eine elementare Lebensvorsorge. Es ist die Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens. Viele von Ihnen wissen, dass ich früher auch Kampfsport gemacht habe. Wenn wir wieder aufs Faustrecht umstellen wollen, so what? Dann käme man da schon ein Stück mit weiter. Aber das ist doch nicht die Regel, auf die wir uns geeinigt haben. Sondern wir differenzieren die Rechtsordnung immer ein Stückchen weiter aus. Und so kam mir irgendwann die Idee, für meinen verstorbenen Mann mal eine Kurzgeschichte zu schreiben. Über einen Rundgang mit seinem ältesten Enkel. Sie beginnt in der Kanzlei. Und sie lautet, Opa, wo wohnt das Recht? Und sie beginnt in der Kanzlei. Und er sagt, wohnt das hier? Du bist doch Anwalt. Und natürlich sage ich ihm, ja, hier wohnt das Recht. Aber ich nehme dich jetzt mal mit auf einen Rundgang. Und dann gehe ich beim Gericht vorbei und sage, hier wohnt auch das Recht. Da gibt es Menschen, die dir auch helfen, zu dem Recht zu kommen. Und dann gehe ich weiter vorbei und komme an der Bürgerschaft vorbei und sage, und hier machen Menschen auch Recht. Die schaffen Gesetze. Und nach diesem langen, erschöpfenden Spaziergang komme ich wieder in die Kanzlei und dann stelle ich mich mit dem Enkel vor den Spiegel und sage, schau rein. Und da wohnt das Recht. Da ist es. Du bist es. Du. Du als Individuum bist Träger von Rechten und Pflichten. Und das ist das Thema, was die Anwaltschaft als Aufgabe hat. Jedem Einzelnen zu seinem Recht zu verhelfen. Und die Modelle, mit denen wir es versuchen, sind weltweit völlig unterschiedlich. Die Fragestellung ist schon, hilft es mir, wenn ich vielleicht nur über mein Recht informiert werde? Das kann schön sein. Aber wenn ich die Information so steuere, dass ich dem Individuum nicht sage, du hast ein Recht, sondern bitte bewege dich nur in geordneten Bahnen, die ich dir vorgegeben habe, ist das nicht unsere Vorstellung. Und der ein oder andere kommt an seine Grenze, mit dem, wie er das Recht durchsetzen kann. Er kann sich vielleicht über sein Recht informieren. Aber gerade als Anwältinnen und Anwälte wissen wir alle, das Recht haben, aber auch die Kraft zu haben, es durchzusetzen. Sich vielleicht gegen eine übermächtigere Organisation zu wehren. Dazu bedarf es dessen, wofür Anwälte stehen. Nämlich, wir kommen aus der Historie mit dem Begriff, wir sind der Fürsprech. Wir sind der Vorsprech. Und deswegen sind wir die Stimme des Einzelnen in diesem Geflecht des Rechts. Es geht also darum, dass wir Menschen teilhaben lassen in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit an demjenigen und an den Regeln, auf die wir uns geeinigt haben. Und die Menschen, und das ist der Schatz, den wir als Anwältinnen und Anwälte haben, lassen uns teilhaben an ihrem Leben. Sie berichten uns in den Kanzleien, was sie erleben. Keiner von uns als Anwältinnen und Anwälte hätte die Chance, in so viele Lebenswirklichkeiten hereinzuschauen. Und deswegen fordern wir auch ein, dass dieser Blick eben aus der Lebenswirklichkeit, der sich in unseren Erfahrungen mitbündelt, aber auch in der Umsetzung des Rechts mit einfließt in die Gesetzgebung. Und deswegen haben wir nicht umsonst mit dem Deutschen Richterbund die Forderung erhoben, dass in diesen Gesetzgebungsverfahren, nicht in Pandemiezeiten, wenn alles vielleicht ein bisschen eiliger ist. Aber in normalen Zeiten die Fristen auch so hinreichend gestaltet sein müssen, dass wir die Chance haben, diesen Blick mit einzubringen und dass eben ausreichende Fristen da sind. Und es geht in der heutigen Zeit darum zu überlegen, was ist denn die Aufgabe der Anwaltschaft in der heutigen Zeit? Wir vermeiden Konflikte, wir legen Konflikte aber auch mit bei und wir arbeiten nach wie vor mit Sprache. Wir übersetzen die Rechtssprache für den Menschen, aber es ist auch genauso gut unsere Aufgabe, die Sprache des Menschen ins Recht zu übersetzen. Damit nicht das passiert, was Niklas Luhmann mal anmahnte. Durch Sprache kann ich ausgrenzen. Ich kann eine Sprache so gestalten, dass ich sage, du hast sowieso keine Chance zu verstehen, worum es hier geht. Und deswegen brauchst du immer mich. Wir werden Recht nicht so gestalten können, dass der Einzelne einfach ins Gesetz schaut und weiß, worum es geht. Aber wir können es übersetzen. Und wenn uns das nicht gelingen würde, dann hätten wir an der Stelle ein Problem. Was heißt das konkret für die heutige Zeit? Was heißt das nach 150 Jahren Anwaltschaft nach hinten? Das heißt für heute, wir sind in einer der größten Herausforderungen, die wir erleben, nämlich in der digitalen Transformation, die alle Lebensbereiche erfasst. Es gibt keinen Lebensbereich, den Sie sich vorstellen können, der nicht davon erfasst ist. Da können Sie sich über die Nursing Dolls in der Pflege Gedanken machen. Da können Sie sich über die Frage Gedanken machen, wie wir einen Zugang haben zu Behörden. Da geht es um schnelle Kommunikation. Da geht es aber auch um die spannende Frage, in welchem Ausmaß entscheiden wir noch menschlich? Wann bestimmen wir als Menschen, was die Technik uns nützt? Und wann sind wir bereit, weil es schneller ist, weil es preisgünstiger ist, Werte, die wir haben, einer technischen Möglichkeit unterzuordnen? Und deswegen müssen wir an dieser Stelle sehr genau schauen und offen schauen. Wo nützt es uns, was kommt? Wo ist es aber ein Hindernis? Und deswegen bin ich sehr dankbar, wenn die Europäische Kommission sagt, Rechtspflege, da wählen wir einen menschenzentrierten Ansatz. Das ist ein Hochrisikobereich, da müssen wir sehr genau schauen. Und das bedeutet, wenn Sie sich die Satzungsziele 1871 anschauen, Mitwirkung an der Gesetzgebung in der Rechtspflege, dann sind diese Aufgaben heute, 2021, genau so aktuell. Und wir müssen sie genau so angehen. Und das ist das, wofür der Deutsche Anwaltverein steht und wofür Sie alle stehen, die sich mit Ihrem Interesse am DAT beteiligen. Das ist ein offener Blick. Das ist keiner mit Scheuklappen. Das ist einer, der die gesamte Lebenswirklichkeit in den Blick nimmt. Und es ist ein neugieriger Blick. Nur wenn wir neugierig bleiben und nicht denken, wir würden schon alles wissen, haben wir eine Chance zu sehen, was überhaupt alles möglich ist und dann können wir werten. Und Offenheit und Neugier nützt nichts. Dahinter muss die Tatkraft kommen, Dinge mitzugestalten, Dinge umzuändern. Und all das, wo spielt sich das ab? Schon auf dem DAT. Deswegen freue ich mich, dass Sie ein so großes Interesse am DAT haben. Und dass Sie deswegen in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht aber auch schon in der Vergangenheit, weil Sie es ja nicht vielleicht nur am 7. Juni sich anschauen, schon an vielem teilgenommen haben, viele Anregungen haben und sagen, ach Gott, wusste ich ja auch noch nicht. Da kann man ja auch noch irgendwas machen. Und lassen Sie uns teilhaben an Ihren Überlegungen. Nehmen Sie uns mit auf diesem Weg in eine lebendige Anwaltschaft. Das alles wäre nicht möglich, ohne die vielen, vielen Menschen, bei denen Sie sich so gerne bedanken würden und bei denen ich die Chance habe, mich zu bedanken. Weil es gäbe diesen DAT nicht, wenn nicht ganz viele Teams in der Vorbereitung sich Gedanken gemacht hätten über die Idee, das Motto, die Planung, die Umsetzung. Ich sehe einige Menschen vor mir und ich möchte am liebsten jeden Einzelnen von Ihnen knuddeln, aber das geht in Pandemiezeiten nicht. Deswegen müssen wir das große Knuddel-ABC noch verschieben. Ich danke allen, die die Programminhalte mitgestaltet haben, die Arbeitsgemeinschaften, die Ausschüsse, die an dieser Stelle überlegt haben, was heißt denn Anwaltschaft in besonderer Verantwortung im Jahre 2021 und wo ist der Blick für die Zukunft? Und ich danke allen Referentinnen und Referenten, allen Mitdiskutanten, die in den nächsten Tagen oder eben auch in den vergangenen Tagen genau dieses Programm bestreiten, das uns alle mitnimmt. Ich danke den unterstützenden Ausstellern, die unser Programm mit auch inhaltlichen Vorträgen bereiten und ich danke Ihnen, dass Sie mir diese Zeit gegönnt haben, diese Begrüßungsworte an Sie zu richten und ich danke Ihnen dafür, dass Sie ganz lebhaft am DAT teilnehmen und alles das, was Sie stört, aber auch das, was Sie super finden, uns anschließend wissen lassen. Vielen Dank für diese Zeit. Bleiben Sie alle gesund, bleiben Sie alle zuversichtlich und dann sagen wir und 2022 sehen wir uns und wenn wir nicht in der großen Runde, im großen Stadion das Freibier miteinander trinken, wir feiern es. In irgendeiner Weise sehen wir uns und das ist das, worauf wir uns freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.